So, ich hatte einen wunderschönen Blue Screen, war der toll, sag ich euch. War hellauf begeistert, deswegen musste ich das jetzt nochmal nachspielen. Gott sei Dank hat der das, äh, hat der, ähm, vom ersten Kapitel das gespeichert gehabt, sodass ich da nicht nochmal alles neu machen musste. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich hier diese Kiste, die ist bestimmt hinten bei Blackbeard, ne? Wo soll sie sonst sein? Ja, man sieht das ganz Schwaches hinten bei Blackbeard. Okay, ich dachte eigentlich, dass ich da noch was hätte, aber egal, dann nicht. Und da ich jetzt keinen Lust habe, die Aufnahmen immer wieder an und aus zu machen, werdet ihr es mir verzeihen, dass ich die letzten, also dass ich die nächsten fünf Minuten nochmal spiele. Den Rest habe ich ja jetzt gemacht, habe auch alles nachgeholt soweit. Muss jetzt nur noch einmal hier durchrennen, quasi, äh, die Flasche nicht vergessen, die, ähm, mir der Bootsmann holen kann. Man sieht auch, dass es eine neue Aufnahme ist, weil ein paar Charaktere anders sind. So, habe ich auch das gefunden, wundervoll. Ähm. Also ein paar Charaktere, die ich dabei habe, sind halt anders. Zum Beispiel habe ich jetzt nicht mehr Derek dabei, sondern den Hund. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum jetzt plötzlich, ne? Irgendjemand anders, der eigentlich nicht da sein sollte, da ist, deswegen. So, dann gehen wir die Flasche holen, bevor ich es vergesse. So, ich mache jetzt hier aber nichts noch kaputt. Oh. Na. Würdest du bitte? Danke. Ich wollte jetzt eigentlich zu Marty wechseln. Das geht aber aus irgendeinem Grund nicht. Ich meine, pfff, gut, dann eben nicht, ne? Aber... Was soll's? Ah, mein Kater ist auch mal wieder mit irgendetwas unzufrieden. Was kann ich leider nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber... Er rennt ein bisschen bedrüppelt rum. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir eben waren. Ich hoffe, dass mir es jetzt nicht noch einmal abschmiert. Ich kann Blue Screens nämlich eigentlich überhaupt nicht leiden. Ich werde irgendwann im Dezember einen neuen Rechner gebaut bekommen. Das dauert aber eben noch, weil es ist erst November. Wir warten auf Dezember. Er kann nicht früh genug kommen. Ich meine, wer einen Rechner hat, der ab und zu gerne mal Faxen macht, kennt das Gefühl und versteht mich. Es macht mich wahnsinnig. Einfach wahnsinnig. Aber egal. So, hier können wir noch zweierlei machen, sehe ich gerade. Und zwar erst mal den Bootsmann. Dann kommen wir... Ah, dann kommen wir hier hin. Wie cool. Und das bringt mir genau gar nichts. Okay. Das ist ja toll. Das bringt mir genau gar nichts. Wenigstens das hat was gebracht. Viele Stats und eine Flasche. Ich habe jetzt sieben. Ja, ja, ja. Hier, hüpf mal. Hüpf. Hallo? Würdest du jetzt... Ach, das ist ja toll, dass du das nicht runterziehst. Verarsch du mich? Ich meine, ich hätte dir deinen Diamanten schon noch geholt. Das ist es ja nicht. Aber, ne? Tut das wirklich Not? Ja. Und jetzt geht das auch. Ist das schön. Ja, wir kommen da jetzt raus. Das freut mich. Ungemein. Hätte ich sonst auch hingekriegt. Aber passt schon. So, komm. Junge, du stehst im Weg. Himmel. Ich sehe doch da drüben irgendwas. Ach so, da komme ich ja nur mit Blackbeard hin. Ich vergaß. Okay, das hat mir genau gar nichts gebracht. Das hat mir ebenfalls genau gar nichts gebracht. Ich habe gerade geguckt, ob die Tür da oben silbern ist. Ja, ja. Der Arme möchte seinen Papageien. Ich habe es verstanden. Es ist auch der letzte, den wir brauchen. Ah, darauf habe ich zwar nicht geschossen und deswegen mag ich es eigentlich nicht mit Schießenden und Ballern, weil ich so wenig Kontrolle darüber habe, finde ich. Das kann natürlich durchaus an mir liegen, dass ich keine Kontrolle habe. Geh weg. Das weiß ich leider nicht. Ah, das ist, äh... Kann der das nicht auch? Ja. Verarschst du mich jetzt? Ich habe ihn dabei, aber nicht die Meerjungfrau? Ach so, vielleicht muss ich nicht heran. Doch, gut. Okay, hat funktioniert. Ich dachte gerade so, jetzt willst du mir nichts erklären, dass das nicht funktioniert. Ja, dann wäre ich aber... Das war jetzt blöd. Egal. Ja, ja, ich besiege ihn ja schon. So. Dann ist das was gebracht? Ne, ne? Keine Ahnung. Supi, damit haben wir auch das letzte Crewmitglied. Und jetzt? So, jetzt müssen wir... Ah, zurück zum Hafen. Halt, warte. Was wir noch nicht gemacht haben... Ist hier mit Jack nach irgendwas gesucht. Uns fehlt die Gitarre? Wie kommen wir denn da hin? Warum kommen wir denn da hin? Ich weiß es nicht. Na gut, ich gebe mich jetzt erstmal damit zufrieden. Ich möchte es erstmal gespeichert haben, damit ich dann nur noch da hinten rumwuseln muss. Das wäre mir sehr lieb. Also ich habe den wahren Piraten. Ist ja schon mal was. Ich habe ordentlich Stuts gesammelt. Sodass ich jetzt nochmal ein bisschen am Hafen rumrenne und gucke, ob ich mir was kaufen kann. Ich habe eine Sache mehr gefunden und ein paar Schiffchen. Acht Stück. Okay. Ist jetzt nicht die Welt, aber ich weiß nicht, ob wir viel mehr hätten rausholen können. Das weiß ich leider nicht. Müssen wir noch gucken, ob wir da noch was rausholen. Aber diesmal nicht. Außerdem brauchen wir immer noch Blackbeard. Aber immerhin haben wir jetzt sämtlich... Oh, die nehmen wir gerne mit, wenn sie schon so rumliegen. Oh, dieses Schwein. Schwein. Euch kann ich nicht kaufen. Da hinten ist Blackbeard. Den will ich kaufen. Wo ist denn so eine scheiß Tonne? Oh, ich kann nur hoffen, dass er nicht mehr als 700.000 kostet. Passiert da irgendwann nochmal was? Komm, wir gehen mal runter. Wie kam ich denn da rüber? Ist mir egal. Hier ist eine Leiter. B. Ja. Ja, endlich. Na Gott sei Dank. Jetzt kann ich dich doch töten, Idiot. Tada. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Damit haben wir diesen auch fertig. Hat natürlich uns einiges gekostet. Und da fängt es nämlich schon an. Nur Blackbeards Schwert kann das öffnen. Aha, was ist denn das? Eine Million Unbesiegbarkeit. Naja. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Bin ich ganz ehrlich. Das kümmert mich jetzt nicht so sehr. Aber ups. Wir können das hier nochmal machen. Gucken, ob wir da auch einen roten Hut bekommen. Nein! Was wir hier bekommen, weiß ich noch nicht. Oh. Was willst du denn, Junge? Ah, vielleicht versammeln sich hier die ganzen Piraten. Und wir können hier die besser kaufen. Das ist natürlich möglich. Das weiß ich nicht. Und es ist auch gerade nicht so leicht, das herauszufinden. Weil Blackbeard sehr stark ist. Und davon... Hallo. Warum zerstückelst du nichts mehr? Danke. Öh. So, mit ihr können wir doch ein paar besiegen. Wenn sie treffen würde. Ja, nicht. Aber den hier vielleicht? Was kostet denn... Ah. B. Davy Jones kostet 500.000. Alter. Ich glaub, ich wechsle doch lieber zu Blackbeard, oder? Wo ist er denn? Er ist schon weg! Toll! Den können wir kaufen. Aber uns fehlen auch gar nicht mehr so viele Kostüme. Alter, ich will hier Möbel zerstören und nicht irgendwelche Leute angreifen. Und was ich auch möchte ist... Äh... Warte, so. Was ist das? Schatz mal vier. Eine Million. Darauf würde ich sagen, sparen wir als nächstes... Dieses Silberschiffchen. Das können wir doch sicherlich mit dem Bombenhaini kaputt machen, oder? Ja, können wir... Das hat mir nichts gebracht. Was kostest du? Na komm, wir kaufen auch dich erst mal. Wir müssen sie früher oder später eh alle kaufen. Und jetzt hab ich halt... Was kostest du? Und was kostest du? Steuermann... Ja, dich nehm ich auch noch mit. So. Au! Was hat mich denn getötet? Ich find den so... Das ist geil! Das ist so witzig! Er ist so cool! Er ist so lustig! Ich fand den so scheiße als Charakter, aber... Sehr gut. Dann haben wir auch das weg. Guck mal, wer hier so alles rumrennt. Wer bist du denn? Eine Blonde. Ah, ist das Elisabeth? Als... Weiß ich nicht was? 84. Ja, 84 haben wir noch nicht. Scheiße, das wollte ich nicht. Oh oh. Aber gut, auch das Kogodil greift mich nicht an. Sehr schön. Dann müssen wir hier mal schauen. Ob hier noch was war, was nur Blackbeard aufmachen konnte. Ne, aber... Gucken wir mal. Hier hab ich jetzt schon 10 von 10, 8 von 10, 2, 2, 1. Okay. Äh, ja. Das andere zählt nicht. Hier hab ich ganz wenig. Weil hier hab ich schon einmal 5. Finde ich gar nicht schlecht. Hier hab ich fast gar nichts. Und das war's auch schon. Das ist die Meerjungfrau. Die wird von den Fischmenschen angegriffen. Egal. Okay. Aber ich würd sagen, an dieser Stelle beende ich das Ganze mal. Ich hab einige neue Charaktere. Ich habe den Charakter, den wir unbedingt brauchen. Nämlich Blackbeard. Jawohl, keine Lust jetzt nochmal das zweite Kapitel zum dritten Mal zu spielen. Und deswegen lasse ich es einfach. Es ist so toll, wenn Dinge einfach einfach sind. Und verabschiede mich an dieser Stelle. Bis dann. Tschüss.